Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie bereite ich Lernstoff auf in Frage- und Antwortform. Nähere Informationen finden Sie, wenn Sie unter dem Video klicken auf www.spaßlerndenk-shop.de. Die Frage diesmal lautet, erläutern Sie den Begriff Disposition? Ist also eine Frage im weitesten Sinne aus dem Bereich Organisationslehre. Der Begriff Disposition ist zu erläutern. Antwort, Disposition heißt fallweise Regelung. Das heißt, wir haben keine grundsätzlichen Regelungen für alles. Wir machen aber auch keine Improvisation mehr, wo wir alles frei regeln, sondern wir regeln von Fall zu Fall. Disposition heißt also fallweise Regelung der Sachverhalte, die im Unternehmen auftauchen. Okay, das war's für diesmal. Für weitere Informationen, für weitere Hilfen, vor allem für Sie, für Ihre Vorbereitung auf Ihre Prüfungen, für das leichtere Umsetzen in der Praxis, schauen Sie auf meine Lernsysteme unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.